Hallo, heute zeigen wir dir, wie du Open Handwerk mit Flower verknüpfen kannst. Wähle hierzu Einstellung, API-Schnittstellen und gehe in die Flowerbox. Du kannst hier mit der entsprechenden E-Mail, mit der du dich bei Flower einloggst, unsere Schnittstelle aktivieren. Durch die Schnittstelle zu Flower bist du in der Lage, jegliche Dokumente zu Flower weiterzugeben. In Flower selbst kannst du hinter diese Dokumente auch einen entsprechenden Freigabeprozess legen.